Hallo, ich möchte euch gerne zeigen, wie ihr den folgenden Term lösen könnt. Also, wir haben hier minus in Klammern minus 3 plus 5, Klammer zu, mal 3. Den Term löst man, indem man zuerst die Klammer ausrechnet, sprich minus 3 plus 5. Das ergibt 2. Also schreiben wir auf, in Klammern minus in Klammern 2 mal 3. So, nun multiplizieren wir das Ganze aus, die Klammer, indem wir 2 mal 3 rechnen. Und da das Minus vor der Klammer steht, bleibt es bei Minus, sprich minus 6. So, so einfach ist es, diesen Term zu lösen. Erst in der Klammer das ausrechnen und dann die Klammer ausmultiplizieren und schon kommen wir auf das gewünschte Ergebnis.